Liebe Astrid, lieber Tim, herzlich willkommen zu eurer freien Traum. Wenn ihr heute Ja zueinander sagt, dann ist das etwas ganz Besonderes. Standesamt, das war gestern, aber heute, heute ist euer Tag, denn ihr habt gesagt, wir wollen mehr. Wir wollen ein Versprechen aus Liebe heraus, das wollen wir nicht bürokratisch treffen, sondern gemeinsam feiern mit Familien, mit Freunden, vor allem den Menschen, die uns wichtig sind. Wir wollen ein Versprechen aus Liebe heraus, das wollen wir nicht bürokratisch treffen. Wie kann ich euch, eure Beziehung, eure Liebe, euer Leben verschreiben? Mit ganz viel Power, mit ganz viel Abenteuerlose, ja auch mit dem ein oder anderen Höhen und Tiefen. Für mich persönlich klingt das wie eine Fahrt mit der Achterbahn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020